Ich dokumentiere jetzt mal kurz unseren Einzug in die Supermoral Hall in Oxford. Ein kleiner Flur links ab zum Klo, das der Basti auch gerade schon mal benutzt hat. Dann haben wir hier einen kleinen süßen Waschraum mit einer mehr als leckeren Dusche. Dann schauen Sie sich das da unten an. So, dann wollen wir da nochmal hier vorbei. Gehen wir mal... So, und das hier ist meine gute Stube, Zimmer B4D. Hallo! Das macht Spaß! Ist das hübsch, nicht wahr? Mein Schrank und das war's. Basti, zeig doch nochmal Dein Zimmer. Ja, das kommt ja wesentlich anders. Das ist der Wahnsinn! Wow! Basti, wollen wir Zimmer tauschen? Es wäre so schön! Ah, die Küche muss noch sein. Die ist wenigstens nochmal ein Augenmerk. Geil, wir haben einen eigenen Feuerlöscher, da können wir ein bisschen Scheiße mitmachen. So, wir betreten mal die Küche, das ist echt ein schöner Raum. Mal Licht an. Wow! Hier ist mal Platz! Hier kann man sitzen, chillen. Und wir sind aber direkt mit der Nachbarhall verbunden, wer auch immer da wohnt. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja!